Als nächstes haben wir hier das Panda Space Shuttle. Wir werden jeweils von den großen zwei zünden, zwei von den kleinen und die beiden Treiberraketen. Aus dem Panda Space Shuttle die Treiberraketen einmal Green Star und Red Star, dann die mittleren Raketen, die namenlos sind und dann die ganz großen aus dem Set aus dem Space Shuttle sind. Viel Spaß euch! Zuerst ist die Treiberraketen. Schönes Grün. Wieder unten hängen geblieben. Zum Winteren Kugelkopfraketen. Schwaches Bokeh mit Crackling drin. Rotes Bokeh mit Crackling. Jetzt kommt eine große, die größte aus dem Set von Space Shuttle. Leider etwas unschar, aber schöner Brokat-Effekt. Dann hat man ein Brokat-Effekt. Sehr schönes Sortiment. Der da ist ein Bokeh mit Crackling. Da ist es ein Bokeh mit, das ist ein Bokeh mit. Und da ist ein Bokeh mit.